Herzlich Willkommen zu einer riesigen Runde Troublem in Terrace Town. So viele Leute waren wir einfach noch nie. Wir sind 18 Leute mit dabei. Shigo, Face, Barcelona, DagiDuck, Julie Burst, Tautau, Nephi, McFly, Kundran, Julia, Lobius, Mav Kapuze, Anne, Goro, Agimpi, Öhli und ich. Okay, habt ihr Waffen gefunden? So schön, dass ihr dabei seid. Das war's auch schon wieder. Jetzt darf jeder noch kurz Tschüss sagen. Tschau, Goro. Tschüss, ich bin schön. Turin freit zum Abschluss. Wir haben fucking drei Detekt. Dann haben wir fünf oder fünf. Kundran, Kundran, das Traitor, Kundran. Also hat einer Early heute schon gehört? Schade, dass Early heute nicht da ist. Komm her, Kundran, ey, du Ort, Bitch. Ich hab's ja ruhig gefunden. Wo ist Kundran denn? Ich hab fünf Punkte. Hey, du Shopping-Queen, ey. Hey, Anne, komm auf. Was? Hast du gerade gesagt, dass du fünf Punkte bekommst? Ich hab den... Anne, komm ihn ab. Du kannst ihn mal straight aufgehen. WTF, wieso haust du mich? Wer hat das gesagt? Anne, ich hab mich. Warum haust du mich? Warum haust du mich? Du bist im Safe. Maxi, Maxi, war eh du schon. Rage-Tipping. Du sollst auch gegen mich schwarzen. Alter, wir hätten da die mechanische Tastatur. Das ist der Tautau. Der Danu ist korrupt. Der Danu ist korrupt. Ah, Lobios ist es. Der ist korrupt. Anne, komm, wir haben wir. Ich lebe noch. Ich hab keine Pistole. Kannst du mich heilen? Nein, ich hab nix, leider. Oh, die ist aber schön. Warte, 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 hier. Wie hoch, die Leiter hoch, wo bist du? Hallo. Was denn? Ich hab aber keine Credits. Hallo. Hallo. Ich möchte hier... Komm ich runter. Ich bin zufrieden. ...melden von einem Polizisten an einem Unschuldigen. Das wird nicht... Ich glaube, da ist... Das ist hier egal. Mach frei zum Abschuss. Nein. Ich glaube, es ist... Keine Beweise. Lügenpresse. Screenshot-Deutschen-Tappen. Wie heißt du Goro heute? Was ist Gorentus Gurin? Oh Gott, Alter. Oh Gott. Also das Wortspiel ist zwar echt schlecht, das muss man so sagen, aber man kennt es doch. Goro verliert heute auch 3-1 gegen mich. Ja gut, das ist ja... Fließweil, ich mach schon mal Lüsche. Fucked. Schalt, was mach ich hier? Gott. Ja, ich darf sein. Kaput zu nehmen. Ja Goro, dein Namenswitz ist der schlechteste heute. Aber FC-Boss-Talona ist ein Klassiker. Einer der besten Bostern. Ja, 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 ja. Warum seid ihr da im Trailer-Raum? Es ist Chico im Trailer-Raum. Wir sind safe. Wir haben... Wir haben... Macht euch nicht safe. Das bestimmt immer noch ich. Nein, ich steh hier nur so. Ja, es ist Julie. Nein, ich bin's nicht. Ja, du stehst so oben und hast so... Ja, ich chille hier. Gehst du doch weg von mir. Mord in der Bücherei, Leute. Mord in der Bücherei. Mord ist ihr Hobby. Mord ist sein Hobby. Oh, oh... Tell ich, wer tot. Danke, danke. Ah, 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 ah! Hab ich mir erst... Wir Guri, 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 Guri. Guri, den ist... Guri, den ist... Guri, den ist Trailer. Ich hab' Marv gekillt! Dann ist Goro der letzte. Es ist nur noch... Wie viele... Ich kann nicht sehen, wie viele Trailer wir schon haben. Die Liste ist zu lang! Ey, was hast du denn nun für ein klein Monitore? Ja, ich hab'n Handy oder was? Ich spiel auf, ähm, Mobile heut. Damit die anderen ne Chance haben. Wenn er keine Credits hatte, bin ich gleich tot. Kann mich wer heilen. Early können wir abknallen. Ich hab so zwei Credits gekillt, also bitte. Early is inno. Scheiße, ich hab so viele Credits, ich weiß nicht was ich machen soll. Ich mach doch nix. Hallo, heil mich. Ich kann nicht. Hey, warte mal. Wenn Anne und Early safe sind, können Juli und Capuzzo sich duellieren. Capuzzo ist getailt worden, Juli. Capuzzo ist getailt worden. Hau ihn, Juli. Töte ihn. Es ist Capuzzo. Ich nehm hier keinen. Echt? Ja, macht. Ihr seid die letzten beiden. Guck mal, wo ist die Juli? Das ist Capuzzo, Leute. Capuzzo tut jetzt so. Komm, Juli. Capuzzo, komm da raus. Ja, warte. Wir machen den fertig. Wir machen den fertig. Okay, das ist ne Frechheit. Das verstößt auch gegen den Tierschutz. Tierschutz? Hat er den Taube geworfen? Ne, Fröscher kam da. Ach, Schildkröten. Ja. Hat jeder keine Muniz? Ha! Von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Da haben wir ihn geholt. Polizei, ey. Die Waffe hat dir keine Muni mehr. Hä? Es war ne tolle Runde. Wundervoll. Wie viele Traitor haben wir? Ja, fünf Traitor. Leute, laut. Läuft. Nicht genug Waffen für alle. Wär doch schade, wenn jemand am Anfang hier runterfällt und stirbt, oder? Zum Beispiel Capuzzo. Klettern will gelernt sein. Wer kommt denn da noch? Oh, da kommt noch einer. Early Boy 1, ey. Early Boy 1, ey. Early Boy. Den hab ich schon vermisst. Ich bin Traitor. Leider nicht. Hä, es ist mit Glück! Ah! Ah! Ich brauche mich an! Oh, jetzt soll ich sagen. Hey! Oh, jetzt soll ich sagen. Hey! Hey, was machst du? Kletter, ne? Gelernt sein, ey. Ah! Ich sterbe! Ja, ja, ja! Daffi, Daffi! Daffi, ich sterbe! Ich sterbe! Hallo! An und Lobi sind bei mir! An und Lobi! An und Lobi! Daffi! Goro, was machst du hier so? Was machst du hier? Ja, wie du den Detective angestrieht hast! Was sagt hier die Richtige an? Lobi! Aua! Mächer, hier gibt's zwei! Das Gute ist, wir sind zwar 18 Leute, aber Early ist schon tot. Das heißt, es tut sich sehr ruhig. Wer hat jetzt auch nicht angefangen? Achso, hast du Early getötet? Ich bin Detective. Early hat doch gesagt, wer es war! Wer ist der Fisk? 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 Egal! Wer ist der Fisk? Es ist, es ist, es ist... Ja? Wer ist Fisk? Ich räche dich, Goro! Warum soll ich denn sein, Mann? Fisk ist Fisk! Ich kenn nicht mal die Mer. Du hast doch selber gesehen, dass ich die nicht weiß. Goro, sie kommt den anderen Weg. Wer war denn da noch? Ich hab sie! Es ist Anne, Leute! Ja, Anne! Gestern noch verfeindet, heute gemeinsam! Der hat mir durch die Ticke geklaut! Leute, ich will lösen! Es ist TauTau, Anne und Nephi! Ja, Nephi hat welche, Nephi hat welche! Er braucht ein A und möchte lösen! Bockwurst! Das ist Bockwurst! Dooley hat den Mord! Jungli hat den Mord! Junior ist die Feuerfreude! Das ist Bockwurst! Bitte bis zum Drehした, Kuntsehe! Ja, das gibt es doch meine... TauTau und Anne noch! Jules ist auch! TauTau auch? Goro, hast du grad nicht abgeschossen? Nein, Goro ist safe. Ich bin safe. Du hast gut abgeschossen. Nein, Goro ist wirklich safe. Aber Goro hat mich abgeschossen. Aber er ist safe. Er hat Juli getötet. Goro, du bleibst. Juli, du hast mich abgeschossen, ich hab ziemlich AP. Da oben ist Goro. Ja, das ist Möbel, ich hab dich nicht getroffen. Gleiche Dreck für alle kaputt. Achtung! Das ist keine Traitor-Falle, du Bob! Das ist keine Traitor-Falle! Mach den fertig! Er hat den Goro gekillt! Nein! Ah, Kapun sah doch auf! Sonst muss ich dich umbringen! Du hast noch eine Chance! Er ist gestolpert! Lauf auf! Er ist gestolpert! Jetzt! Wir haben ihn, Maxi. Da oben kommt noch einer. Ich hab die Tatwaffe gewonnen! Sauerei hier schon, Peter. Ich hab hier fast gelöst. Tautau war es. Nephi war es. Hier! Ich hab Julia. Ich hab Julia erwartet! Der Schrank muss ein bisschen näher in die Ecke. Echt? Die explodiert nicht? Okay. Oh Gott, ich werd sterben! Warum? Weil sie hat den Fate. Hat sie? Ja. Oh Gott. Wenn ich jetzt sterb, ist es Fisk. Ne, der Fisk ist hier unten! In dem Tunnel! Die letzte Chance, bevor ich drauf geh. Ja! Oh mein Gott. Wir haben gewonnen! Gut gemacht! Tautau, du! Die M16 ist ziemlich stark, wenn du Headshots verteilst. Ja, aber das muss ich ein bisschen für einen Lack-Headshot gewesen. Da war ich gut versteckt! Oh mein Gott, dieser Anfang immer! Am Anfang versuche ich mich damit umzudenken! Nein, du Penner! Jetzt lass mich doch! Du Kleiner! Kapuze hier hoch! Hier oben liegt ne Minigang! Kapuze kommt! Kapuze kommt! Schumf weh! Du seid so blöd! Du bist mal eine Grillparty! Es ist Chigo! 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 Hey Kapuze! Ich bin das... Sein Freund mit dich! Nicht dass Botser und Goro hier noch was merken! Wäre dir schade, wenn du runterfällst! Grün! Defi! 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 Where do I use your stuff!? Er hat jetzt auf mich geschossen. Weil wir Baum hier im Wasser haben. Er auf mich geschossen! 文! Eri! Detectives! Soja, tu was! Detectives! Hey der eine Detective... Der eine Detective hat hier seinen Hüpp verloren. Detectiv was... Was machst du da? Die ist weiß... Die, die wir suchen, es weiß. Jetzt hat's Kapuze hochgeschafft. Ganz einer, jetzt war Early. Kind hätte schon zwei Leute umgebracht. Oh ja, was ist denn los? Wer hat mich angeschossen? Ich hab den DNAs genannt. Ja, wahrscheinlich war das auch Early, wenn der da rumrätzt. Was wollen die mich jetzt passen, oder was? Da, Lu, da, Lu. Lobi, 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 Lobi. Alter! Der Hedi ist kaputt. Oh, ist ganz schön ruhig geworden gerade. Irgendjemand ist scheinbar eskaliert. Ja, Early ist tot. Ganz offensichtlich. Also wenn so viele Leute auf einmal sterben, riecht das eigentlich nach Dalu und mir. Also ich hab grad zwei dicke Fische gejagt, ey. Zwei Detectives hab ich aufgespießt. Du bist selber Lobst. Ja, okay, Kapuze können auch noch mit dabei sein. Aber es hat mir auch nicht geschossen von da drin. Es hat mir auch nicht geschossen von da drin. Yes, ich bin so ein guter Fischer, Alter. Drei Leute mit der Harpune hab ich hier gejagt schon. Kann man die wieder aufheben? Besser als bei Depp, ey. Ja, die Harpune. Ich hab richtig abgeräumt. Darf ich dich vergiften, Kapuze? Nein. Ich halt ihn fest. Kann einer mal Kundran da jetzt noch fertig? Goro ist so ne Enttäuschung fürs Team, ne? Würde ich aber auch sagen. Kapuze, du wärst vom Detektiv beobachtet. Wie seid ihr denn jetzt? Doch, da ist der Detektiv. Kann einer mal zu Goros Leiche? Was ist das denn hier? Wir haben einen Defi. Wo ist Goro denn gestorben? Unten irgendwo. Im Keller wieder, ne? Ne, unten war's nicht. Ne, unten war's nicht. Ne, unten war's nicht. Der Baby ist an einem Heli, glaub ich, ist das. Ja, der ist unten im Keller. Der ist unten im Keller. Der ist unten im Keller. Bin ich der Letzte? Nein. Ich bin auch noch inno. Ach so, ja stimmt. Stimmt. Das ist aus Versehen die ganzen Leute gemacht. Gas, Kammer. Gas, Kammer. Ne, hier ist keiner drin. Das ist mein Auftritt. Okay. Nur weil du Österreicher bist? Wie, der ist hier nicht? Goro, wo liegst du denn? Dennis habe ich schon wieder nach oben gelaufen. Hier! Das war ein stiller Tod. Den hab ich ja auch nicht getötet, oder? Goro. Doch. Ha! Ich hab's doch gemacht, ey. Daolo, du kannst die unbenennenden Käpt'n Ahab. Was hast du, Tau-Tau? Du kannst die unbenennenden Käpt'n Ahab. Ich hab so geil drei Leute mit der Harpune in diesem Hauptraum. Und ich hab da den Chat geschrieben, einer sollte sich... Ah, Bier hängeln! Link, hast du das gesehen, als ich dich geklaut hab und dann bist du hinterhergegangen? Alter! Ich hab... Das ist halt auch so was... Ich wusste nicht, dass es so was geht. Ich hab gedacht, es geht, wenn jemand tot ist, aber ich wusste nicht, dass es so was geht. Ich bin nicht da wollen, irgendwie Regerei. Ich steh immer ruhig. Aber war leicht verwundert, also kann man so warte. So heißt das. Was ist denn hier unten los? Die Winchester ist ne... Headshot or Heal. Das ist voll. Weg. Headshot. So. Lopi! Boah, und jetzt sind wir schon wieder alle? Was steht noch unlinked? Akavikop has spawned Preffin for it. Kallo Fiss. Tagi! Ja, wenn du die geheime Tasse findest, kriegst du fünf Punkte. Fiss. Nein, das ist kein Treffer. Boah, da brennt's. Kapuze! Kapuze ist es. Kapuze ist es. Sag Kallo zum Bismarck. Jeder darf so 15 Worte sagen. Oh, die ist aber schön. Oh, die ist aber schön. Die ist schön. Aber das wäre doch mal eine geile Herausforderung. Dankeschön. Wenn ich tot bin, ist die Julia. Ja, Early, dann bist du schon fertig. Gibt's ja auch Anschläge, was in Rallye? Ja. Noch mehr, Dete. Oh, die ist kaputt gegangen. Aua. Das gehört auch darauf. Kann man hier rein? Hier ist irgendwo ein Nest, ey. Kann einer das Feuer am Heli nehmen? Alle Fade kaufen. Hallo, Julia. Hallo, Lobi. Ah! Was macht ihr mit den Tauben? Anne hat hier wieder abgeknallt. Anne ist es. Detective Befehl. Ich habe Fade. Keine Sorge. Sie stirbt. Hier bin ich jetzt ein Sniper. Julia. Julia macht keinen Mist. Wow, hey. Ich versuch's. Ich bin verwirrt. Wie? Wieso bin ich verwirrt? Wieso bin ich verwirrt? Ich bin auch verwirrt. Nein! Das ist die echte Duggy. Die echte Duggy. Die echte Duggy. Ich habe Geld hier. Kann ich ein Foto machen? Was? Nur für Geld? Ja. Agi piekratzt die Reste aus. Oh! Woher kam der Schuss? Was war das? Der ist verboten. Was war das? War das der Molly? Nein. Julia, hast du gerade geschossen? Ich habe die im Geheimgang aufgemacht. Denk dran, Anne müsst ihr töten. Die schießt Anne mit der Winchester. Oh! Ha! Ich habe Anne getötet. Ja, gut gemacht. Ich habe Anne getötet. Das ist kein Trailerraum, Prinz Name. Marv, was hast du da gerade? Auf der Map gibt es keinen Trailerraum. Was hast du da gerade für einen Knopf in der Hand? Hä? Nicht durch den Geheimgang gehen. Ich verstehe kein Wort, Kapuze. Ja. What? Nein, 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 nein. Du hast gerade irgendeinen Knopf in der Hand. Kapuze, glaube ich. Kapuze hat die, glaube ich, geworfen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Die stand gerade neben mir. Kapuze stand neben mir. Julia. Danke. Du bist es. Wenn Marv es ist, dann bist du es auch. Warum? Weil Marv wegen so einen Knopf hat und ich kenne aber das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kenne das doch auch nicht. Das sind zwei Verdächtige, die in den Hörer und Hörer laufen lassen. Vielleicht will ich ja gar nicht töten. Ich geh da nicht rauf. Ich geh da nicht rauf. Da brauchst du noch eine Dauern. Geht doch mal aus dem Weg da. Du bist der einzige Stern für mich. Du bist der einzige Stern für mich. Du bist der einzige Stern für mich. Der mag Apfelmus. Mastercard hat auf mich geschossen. Ich bin da. What? Wir akzeptieren noch Marv. Tobias! Dado! Nur Visa. Ah, Nefias hat das so gerade gemacht. Nefias hat hier gerade eingefallen. Nefias hat hier gerade eingefallen. Nefias hat hier gerade eingefallen. Warum sagt er denn? Kapuze war es nicht so hier so raus, ey. Dagi, Dagi warst du? Ja klar, ich snipe immer mit einer M16. Geh weg, geh weg, geh weg, Lobius, geh weg. Marv! Warte, ich bin die Diegel. Ich bin eh noch. Du musst nicht durchgehen. Er hat doch nicht geschossen. Mein Gott, ey. Eifias, warum hast du das? Bist du's Kapuze? Nein, 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 nein. Mein Love Traitor war. Kapuze, mach nichts. Ich sag dir, mach nichts. Dagi, 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 Dagi. Dago, 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 Dago. Dago, Dago, Dago. Wenn du's holt, ey, abzuschieße mich aber kein. Ne, 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 ne. Ich bin weg. Ich bin raus. Ja, es ist auch! Was? Nein, ich habe doch gerade... Wer hier oben auch immer hat den Traitor abgeknallt. Marv, but ich habe doch gesagt Dagi auch. Gar nicht wahr. Erli hat von mir gesagt, ich soll dir den Traitor killen. Ich glaube, Dagi ist der Letzte. Ich bin fast zu... Confirm ihn einfach. Das war der Fade. Einer ist grad durch die Bücher... Julia. Nein. Hättest du wohl gerne. Dalu, lebst du noch? Nein, Dalu ist doch schon confirmed. Willst du ihn mit haben? Aber es sind noch zwei Trader da, oder? Leute, ihr seid verrückt draußen. Ja, zwei Trader noch. Warum confirmed ihr denn nicht, Mensch? Ist halt verrückt. Ich hab Angst. Ein Traitor ist noch da. Mach das jetzt mal weg. Agipi. Agipi ist es. Agipi ist es. Wie viele Traitor sind denn immer? Fünf? Fünf, ja. Aber was hat Agipi, is it? Agipi hat aber vorhin nicht die Brand geworfen, wo du die anderen... Null! Wer war's jetzt? Agipi war's, oder? Null! Wer war's jetzt? Wer war's jetzt? Agipi! Early Bob, ey. Nephi, Alter, was da los? Ich hab mich einfach random Snipern sehen und ich dachte so... Sorry, McFly, du hast... Du bist einem hinterher gerannt und hast auch immer die Waffe weggesteckt. Ich wollte kaputt in die Lauterboxen vom Geländer. Siehste, und das hab ich verhindert. Aus dem Weg. Und dann hat Nephi dann abgedrückt. Ja, Nephi hat dich direkt dahinten. Ich wollt grad sagen, das war so echt so... Kein Dank. Und dann schießt Marv auf mich. Okay, bevor ich sterbe, schießt Marv ab. Maxi, ist es. Au, au, au. Was? Maxi, ist es? Ey, ihr schießt da hinten auf, wozu soll das? Ich bin auch hier unten. Kannst du den DNA nehmen? Ich bin fertig, ey. Was hast du gesagt? Mit der Shotgun auf Agi. Was? Geht hier ab? Was? Ey! Was ist aus La? Das ist Chigro! 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 Juli, confirm da mal die Leiter! Das ist Chigro! Wer ist... was? Ich muss Chigro! Ich hab Chigro gekillt! Hey, was bin ich denn? Ich bin am Arsch der Welt! Hat Juli lahm was? Ist es Early Boy oder nicht? Ja, sehr wahrscheinlich! Early Boy, Early Boy! Echt? Ich bin die Knauze! Hilfe! Hilfe! Oh Kunran! Ich bin Kunran! Guido Maria Kunran, ey! Oh Boy! Goro! Goro ist tot! Ja, ich lebe noch! Goro, komm zurück! Ja, ich bin wieder da! Okay, okay, ich dachte du bist tot! Ich nicht! Wer ist es? Wer ist es? Tautau hat sonst auf mich geschossen! Gib mir eine Dame dir! Anne kämpft doch hier bei Dings, oder? Ja, gekillt! Anne habe ich hier irgendwo gesehen! Du Idiot! Idiot! Wo ist denn hier eine Leiche, Anne? Defian! Nee! Niemals! Was denn? Wo ist denn eine Dame? Du bist es! Ich habe Chigo gekillt! Anne! Wo ist denn jetzt hier bei dir eine Leiche? Bist du blind? Ich war doch gar nicht da! Ich stand doch da hinten auf dem... Du kannst ja trotzdem antworten, ob du blind bist, oder? Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Wo? Agipi! Hä? WTF? Agipi dreht durch! Ich verstehe gar nichts mehr! Das war doch er, hier war das noch gerade! Ah! WTF? Na oben! Na oben! Na oben! Na, du kannst! Na, du kannst! Na, du Traitor! Ey, ich habe Chigo gekillt! Scheiße hast du! Ich habe Chigo gekillt! Du hast mich gerade mit dem scheiß Laden geschossen! Als ob ich mir den je kaufen würde! Das tust du voll auf! Hä? Noch nie, Alter! Und jetzt! Nein! Ey, jetzt ist er tot oder was? Maxi! Was denn? Jake! Hey Fisk! Hättest du wohl gern! Mach ihn doch einer da! Schieß doch auf ihn! Ich weiß nicht wie viele Leute geguckt haben, dass Maxi es ist Ja, gleich am Anfang Alle stehen hier oben wie die Indianer damals und schießen alles runter Einer schmeißt Baby, einer schmeißt die Habune Ey, Erli, warum hast du mich umgebracht? Weil ich gedacht hab, dass du den Darts geschossen hast Ja, und dann hast du mich... Goro ist es! Ne, der war's nicht! Dalu ist es! Du hast mich angeguckt und dann hast du geschossen Die Schießanimation kam bei dir und dann war ich vergiftet Die Habune ist das beste Item ever Das blieb geiler als der Wettbewerb Hey, yes! Wie kommt man in diesen Raum hier rein? Das geht an! Mach ihn auf! Goro, ich wollte, dass du in diesen dreckslangen Gang zurückkommst Weil da wollte ich die Habune weg Ich brauche nur ne Baffe Das Kapuze ist Detektiv, dann haben wir verloren Wie kommt man da rein? Aber Kundra war ja auch deiner in deinem Team Ja, ja Komm doch nicht rein! Ja, ich auch nicht! Ich hatte Glück, dass Judy so lange gebraucht hat Die Trailer-Leistung zurückkommt Ey, das verfolgt mich hier! Ja, ich hab's wie gut gekült, gell? Ja! Solange keiner was anderes brauchen kann Geh weg! Welche Fete läuft noch? Welche Fete läuft noch? Die Fete läuft noch? Häusendarm Ist das die Ü30 Single-Partner? Da wollte ich aufgehen Wir machen heut länger Mich haben sie nicht reingelassen Wir haben zwei Zentimeter gefehlt Nein! Na toll Dann nochmal Geht nicht Ey, ich werd verfolgt Bist doch eh wieder du Oh! War's noch nie Hast du mich geschlagen, Tau, Tau? Deswegen hab ich Raph jetzt erschossen Wie du hast... Wie, ihr habt getötet? Wie habt ihr jetzt getötet? Oh Gott, da oben sind so viele Oh! Warte, ich hab Schaden bekommen Und dachte, Mav hat geschossen Erli schießt! 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 Erli hat geschossen! Hab ich Epi gekillt? Nein! Erli hat Mav gekillt! Scheiße! Willst du mich jetzt verraschen oder was? Ist doch gut, der war doch Trenner Ja, ja, aber hat er nicht gecheckt Nein! Was denn hier für eine Party? Die Fete geht weiter Ach komm, lass mir die Beine da hinten Wenn nicht jetzt! Wenn nicht jetzt! Wenn nicht jetzt! Wenn nicht jetzt! Warte, ich schreib dir den Namen an die Wand Glaub es mir! Ehrlich! Siehst du das nicht? Das ist Kapuze! Kannst du nicht lesen? Ah! Hast du ne Discombo? Ich glaub Kapuze braucht nicht mehr lesen! Ich glaub Kapuze kann nicht mehr lesen! Kapuze kann nicht mehr lesen! Ey, war das Early? Was? Wieso? Entfernst du dich vom Torquart? Warum ist Doc? Ja, hier oben sind alle tot! Ja, sie kam aus der Tür da Wo er gerade rauskam, Spotter Ah, danke, danke! Wer? Hier raus? Da kam die Taube raus! Das ist Early! Aua! Wir haben die geschossen jetzt! Ich schieße ja random bisschen rum, aber... Warte mal! Anne und Kundran, ich glaub es ist Early! Ich schieße random rum! Random! Was geht hier drin denn? Ich hab noch Maff erschossen, du Vogel! Early, wenn du's nicht bist, dann nimm die Stungun! Warum soll ich die nehmen? Es ist Nefi, Leute! Wenn ich sie nehme, schall sie bitte ab und sag's mich bitte! Nimm sie! Warum? Und dann hier hoch! Nimm! Ich hab den Doppelgänger! Brauch dir nicht! Es ist Early! Leute, Early! Adi schießt auf mich! Ja, lass mal einen Kundern in Ruhe! Halt! Bitte identifizieren für mich! Lass dich mal tappen! Ich bin kein Träger-Kunde! Warum machst du sie nicht? Weil ich Angst habe! Ja, warum? Kann passieren! Ja! Ja! Yes! Nice session! Ja, dann sind sowohl Bots da als auch ist es, ey! Hey! 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 Hi! rich Angel! Wenn Zahra war, was ist das? Gigo, bist du es? Nein, bist du es? Nein. Du hast Schaden, ich nicht. Ja, weil ich runtergeschwungen bin. Tobias! Aha. Oh, ich nehme die Hände, ist er gezogen worden. Oh Gott, der Friendship! Friendship! Tobias steht da hinten drin! Wurde angeschossen, hab ich mal einfach gezündet. Das kann ja mal passieren. Tobias, ey. Tobias hab ich? Nicht! Ja, nein! Hast du ge... Schau mal aus! Ey, wenn du jetzt schießt, ne? Ich schieß... Alter! Ich hätte dich mit einem Schuss töten können. Du hast doch ja... Lobobob. Oh, hab ich Lobos gekillt mit dem Dix? Ne, ne, das war ich. Einer fehlt noch, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob TauTau eben auf mich geschossen hat. Ey, Siego! Ja? Ich weiß noch nicht, du... Pong, Pong! Ich bin ein Penner, oder was sollst du dir sagen? Komm, doniert euch beide, dann haben wir... Ich hab noch so ein Leben, TauTau! Ich war das... Da unten! Julia ist es, Julia ist es, Julia ist es! Julia ist es! Oh, ich seh! Rechts... da drin! Fuck, keine Money mehr! Der Schuss hätte gut sein können! Ach, bis zum nächsten Mal, Leute! Mach's ja... Tschüss! Tschüss! Tschüss ja! . Untertitelung des ZDF, 2020